Willkommen in meinem Hellos-Kanal Heute kam ich zu Ihnen mit dem Rezept der grünen Tomatenpickeln. Ich fange an, mein Rezept sofort vorzubereiten, indem ich Sie bitten, mein Video an das Ende zu sehen Ich benutze zwei Kopf Knoblauch für dieses Rezept. Die Menge an Knoblauch wird so lecker wie Sie wollen. Wie Sie sehen können, extrahierte ich Knoblauch auf diese Weise und kaufte es in einer geeigneten Schüssel voller Wasser. Es wurde ungefähr 15-20 Minuten im Wasser so lecker für Knoblauch. Erwartet dieses Rezept ist sehr lecker. So ein Muster dieses Rezept ist sehr lecker. Wenn Knoblauch in Aquarell ist. Eine Flasche Apfel Schneiden andere Flasche wird genug für uns sein. Wenn Sie in der Zwischenzeit nicht an meinen Kanal abonniert werden und unsere Videos abonnieren, öffnen Sie den Rington für schöne Rezepte. Ich werde jedes Jahr an der Rückseite und vor der Tomaten teilnehmen, ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, zu versuchen. Ich gehe nicht mehr auf die Tomaten, die ich brauche, um kleine Tomaten zu hacken. Die ich dir den Weg zeigen werde, den Knoblauch zu schälen, der sofort ausgeruht wird. Übrigens, Knoblauch sind selbstberaubend. Ich werde nicht zu viel erwarten, trotz der Tatsache, dass wir alle Knoblauch auf diese Weise verlassen. Teilen Sie es in Kommentaren Abschnitt. Wenn Sie ein Wissen über dieses Thema haben. Wenn Sie es mithilfe von Messern extrahieren möchten. Ich bin sehr froh, wieder alle Blumen. Insekten oder männlichen Knoblauch in der gleichen Weise Kommentare Abschnitt. Nach dem Essen Knoblauch, schneiden 1 Zitrone 1 Stück. Zitronenscheibe 1 Stück Zitrone Runde Wäsche Zweitig 22 nehmen Sie 1 Stück Zitrone. Nach der Scheibe 1 Kilo Glas verwenden 5 Gewichtgläser Platz gehackte Tomaten Die Knoblauch ist eine Scheibe Zitrone eine Scheibe bitterer Pfeffer mit einer schönen Hand schneiden Indem wir die gleichen Operationen wiederholen, füllen Wir unsere Flasche sofort in meine Paprika Ein Rezept, das wir jahrelang sagen, ist, dass Sie dieses Rezept mit dem Frieden des Verstandes probieren können. Ich sehe, ich werde jetzt die Flasche fast wie Zitrone und Knoblauch füllen. Vergessen wir, mit unserer Hand zu drücken Um die Tomaten so viel wie möglich zu füllen. Ich ziehe es nicht vor, nur Hut und Petersilie auf. Der Liste je nach nur Hut und Petersilie hinzuzufügen. Sie können hinzufügen, die Hefeprozess wird schneller. Sein, machen Sie Ihren Picker wachsen schneller. Auf diese Weise kann es eine Verzögerung von etwa ein paar Tagen geben, nur bei der Rückkehr des Pickers. Ich habe sofort Salz und Essig darauf gepflanzt, wie ich sehe genug ich. Habe zwei Esslöffel Steinsalz pro Gewichtsglas hinzugefügt. Nach dem Setzen des Steinsalzes, das ich bauen, lassen Sie uns einen vorwärts schütteln. Dann habe ich einen halben Teelöffel Essig. Ich verwende Traubenessig. Sie können auch andere Nissen verwenden, aber der beste Traubenessig. Nachdem Sie das Wasser bis zum Nächsten hinzufügen, füllen. Wäre das Wasser auf der Oberfläche mit der ganzen, dann schließe ich den Mund. Ich bin sicher, dass das Wasser mit der ganzen Oberfläche auf die Oberfläche geht. Wie Sie sehen können, können Sie kochendes Wasser verwenden, wenn Sie mit ihm kommen wollen. Sie können so dann sicher auf Trinkwasser achten. Wenn Sie nicht kochendes Wasser verwenden, zeigen wir die Probleme im Picker schön. Lass uns dich schließen, dann kehre ich diesen Weg für etwa 10 oder 15 Minuten um. Ich schließe nicht nur meine anderen Gläser. Um mit Essig und Salz in Gold zu interagieren. Ich gehe in den Glasfüllungsprozess ein Glas, wie ich vor ein wenig sagte. Ich bin so bereit, wie ich Zitrone und Knoblauch auf die gleiche Weise füge. Abonnieren Sie Abonnieren Abonnieren, um das Glas zu füllen, indem Sie den Vorgang wiederholen Sehr einfaches Rezept Wie Sie dieses Rezept mit Ruhe des Geistes versuchen können Sie können in Minuten sofort nach der Platzierung von Zitronen vorbereiten. Ich füge es hinzu und füge 2 Esslöffel Salze. Darauf hinzu und füge dann Essig hinzu. Wir kümmern uns um die Verwendung von Steinsalz. In diesen Winterrezepten werde ich hinzufügen. Ich füge es dem Essig hinzu und fülle das Wasser, bis ich weitergereicht habe. Nicht unbedingt zeigen, die Gläser und Kappen steril zu sein, ansonsten. Wir können Bakterien produzieren, die Vergiftung verursachen können, kümmern wir uns sicher um diese Prozesse, die ich im zweiten Glas gefüllt habe. Meine restlichen Tomaten Ich möchte Ihnen Folgendes zeigen. Wenn wir die Abdeckung drehen, wie Sie sehen können, wie wir geben wollen, ist es sicher, dass Lassen Sie uns die Abdeckung in den Müll sofort ändern, um es in keiner Weise zu verwenden und den Mund zu straffen. Lassen Sie uns in der Figur schließen, sonst gibt es Störungen Ich bin die verbleibende Tomaten auf diese Weise. Ich füllte mit einem halbgewichtigen Glas Ich bereitete meinen Biglet etwa 15 Tage. Werden Sie ein Abonnent zu jedem, der versuchen wird, zurück in unser Geschäft jetzt zu diskutieren im nächsten Video, ob Sie einen Gewinn von jetzt zu dem nächsten Video bekommen. Abonnieren 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 Vielen Dank.